Willkommen zurück meine lieben Freunde, ich bin's, euer lieber Odo. Wir sind zurück bei Disco Elysium mit Harry Duwa und Kim Kitsuragi auf der Suche nach einem Mörder und auf der Suche nach unserem Inneren selbst. Das letzte Mal haben wir eine seltsame Person in der Kirche getroffen, den Herrn Thiago. Mal schauen, ob wir die zweite Bewohnerin finden können, die diese Maschine bedient. Okay, das letzte Mal sind wir dort geblieben, haben wir es dort gelassen, weil Kim nicht wollte, dass wir rumspielen. Aber jetzt machen wir es trotzdem. Ja. Ja. Mhm. 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 Oh, ich hab das, ah, wir hätten gleich noch einschauen sollen. Wir haben das Tagebuch gefunden wahrscheinlich. Das ist die Maschine's filament memory. Press play to access its contents. The speaker comes to life. Static seeps through the machine's planer magnetic driver. An old lady greets you. Her voice sounds a hundred years old. Good morning. Good morning. Good morning, Fort Reuss, Saxidon and St. Bruin. This is the East in solidian Rapid station 1. Please repeat, is this the personal love? Kennen wir schon die Frau von dem anderen Ding? It's the same old woman you spoke with through the radio computer in the doomed commercial area. Come on, it's me, are you? Good, thank you. Please repeat, is this the personal log? Hmm, I looked inside the core, but the tape of the equipment just said what? Good, please repeat the password. Let's look around. There's no use trying to guess the answer. Maybe he knows something. Hmm. I don't know the password. I will register this login attempt. That sounds bad. A login attempt. Something a criminal would do. Would that someone do like us? Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Let's try this again. I think I may have the right password. Fortress accident. Like the one in the doomed commercial area. I have two machines registered to this company name in Martinez. One on St. Brun, the other on Rue de Saint-Guylaine. St. Brun, that's the church. And Rue de Saint-Guylaine, that's the doomed commercial area. Hmm, okay, that's the two computers belong to the same thing. I think that I'm finished with this call. Goodbye, Fortress accident. The machine's keyboard is still illuminated, revealing. Yeah, yeah, we're going. Cool. Yeah, what's awesome. One more door. There is no way to open the supply depot door. Accept it. You cannot open all the doors. You have to integrate this into your character. Some doors will forever remain closed. Even if every single other door will open at one time or another. Maybe to a key or maybe to some sort of tool meant for opening doors. But this one will never accede to such commands. A realization crucial to personal growth. Crucial. Okay. Let's come one more door. It gives me a minus end of half light. No fear. And all psych white checks are unlocked. Ooh, this is nice. The secret is too. We can see what we had then. Of course, we'll see which one we've had. And what to do. Maybe, we'll try some if we open to open doors. Let's start with the people here. Oh, hey, Wayne, there's coffee in the back. Oh, Wayne, I meant the mother's love. Echt jetzt? Es gibt nicht Café, sondern the mother's love. Have you by any chance heard the Vierhita say the password to her radio computer? Was? Drama? I'm doing a survey of passwords and passcodes, identifying regional trends in the interests of public safety, of course. Don't swear, Vato. The password is afterlife death. Pass. What do you think of that? Makes me almost pity the Vierhita beginia when I hear it. Okay, then. Thanks. I think we're done here, Esther. That was an interesting conversation. Oh, er ist weg. Okay. However, I'm still not sure whether we'll find our suspect here. After death light? Not on. The machine's keyboard is still in the... The speaker comes to light. Good morning, Fortreus accident on St. Brun. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Let's try this again. I think I maybe might have the right password for the person. Good. Please repeat the password. After life death. Good. I have unlocked the filament. After ending the call, please press print to access the filament. Fortreus accident, is there anything else I can do for you today? No, thank you. Goodbye, Fortreus accident. The machine's keyboard is still illuminated, revealing. The printer prints out a long text document with dated paragraphs. It looks a bit like someone's journal. Read the print. The first entry, made on the 4th of February, 51, by an unknown author, is short and concise. Arrived at the church. The door was boarded up, so I used the crowbar to get inside. Looks like the place has been deserted. Nothing out of the ordinary, but I'll ask around. Need to figure out how to get the electricity in. The lieutenant leans closer, scouring the printer over your shoulder. Just as you finish reading, he looks up, muttering under his breath. Fourth of February. That's over a month ago. Whoever set up those machines has been here for quite a while. Do you think this log might be connected to the case? No. Read the second entry. The 6th of February, 51, had a little chat with the local fishermen. Said, I shouldn't go near that place. That the church was spooky and ridden with narcotics. It's a little spooky, alright. Still haven't figured out the electricity. I believe I must do it again. I'm going to go on 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 again. Next entry Why would she need an antenna? Hmm. Good question, Kim. Interesting. Ah, sie gehört zu dem Ding, sie gehört zu dem Programmierteam aus der Doomed Commercial Area. Und die Begrüßung ist, was es sogar mit dem Fronten verbunden? Ich weiß, ich weiß, jeder denkt es nicht möglich. Sie sagen, ich muss lief. Ich bin hier, um es zu setzen. Das ist ein Loss. Es scheint etwas zu tun mit Radio Computers. Unfortunately, ich weiß nicht genug über sie, um zu verstehen, was die Autor sagt. Artists, Programmers, Lexi, wo alle diese Leute sind? Ich weiß nicht, dass diese Leute in der Radio Computers-Games-Business gearbeitet haben. Die die wir in der Doomed Commercial Area waren. Sie müssen ihre formeren Co-Workers sein. Hm. Ich weiß nicht, was sie in der ersten Zeit gekommen ist. 25 Februar 2021. Ich habe die Daten auf den Lintel für ein paar Jahre, versucht, die die Daten verloren zu haben. Aber nichts. Ich fühle mich gar nicht so, dass ich in die Verkaufung habe. Aber ich habe herausgefunden, eine lustige Audio-Spatiale Anomalyse, auf der Rückseite der Kirche. Ich habe es genannt, The Swallow. Es ist Swallow Sound. Ich muss ein paar Mics. Was spricht sie über das? Ja, wahrscheinlich schon. 28. Februar 2021. Ja, die ersten Rekordungen confirmten, dass das Swallow real ist. Und ich habe nicht nur meine Meinung verloren. Es ist ein Pillar des Silens, mit einem Diameter von ungefähr 3 Metern. Es scheint, je höher ich gehe, desto weniger ich schreibe. Das könnte eine Coincidence sein. Oder es könnte verbunden sein. zu den Daten verloren, die mich hier hier lieben. Okay. Die Pillar des Silens. Sie spricht über das Silens. Sie sagt, es ist mehr als nur eine architekturale Arbeit. Was könnte es sein? Vielleicht kommt das Peel näher. Okay. 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 Ja. 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 Cauch忘 mag sie groß machen. Hmm, wer haben sie gefunden? Mhm. She clears at you as she holds down the off button for several seconds. The machine reboots. I do apologize for the intrusion, madame. We are with the RCN, you see. We are looking for a suspect in a murder investigation. We thought they might- No one is hiding here. Okay. It's just me and my computer and it has been this way for weeks. Now please give me some room. I need two seconds to see that you haven't destroyed anything. We should talk to her, after she has rebooted the machine. Okay. Wie lange dauert das, bis sie die Machine rebooted hat? What is it? Nothing. I'll let you work. So, das heißt, wir müssen irgendwie die Zeit totschlagen, offensichtlich. Aber ich will irgendwie gar nicht rausgehen. Aber wenn ich rausgehe, ist sie vielleicht wieder weg. Hm. Gehen wir zu den Discogilien. Erzählen wir Ihnen vom Crabman. Erzählen wir a cell vom Crabman. Es ist nett, wenn es nicht mehr regnet. Wir könnten auch kurz nach rückwärts fahren und nach Jamrock, also in der Bibliothek nachfragen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Können wir das auf einmal machen? Wieso können wir uns da... Müssen wir direkt vor der Kirche stehen, damit wir fahren können? Wash Basin. Shivers, Savoir Fair, Physical Instrument, Volition, Electronic Doorbell. Aber da haben wir nichts mehr zum schauen, oder? Diese Dinger können wir nochmal machen. Lien, der Netpicker. Hm. Können wir wirklich direkt neben der Kirche stehen, dass das funktioniert mit dem Reisen? Ich verstehe das nicht. Reisesystem ist ein bisschen gemein. Geht hier? Ja, hier geht's. Dann fahren wir mal da rüber. Ja, 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 ja. Das ist Precinct 57. Wie kann ich dich helfen? Ähm. Wir wollen mit Jamrock sprechen. Ah. Statics. Ich habe die Central Jamrock Public Library auf der Linie. Und ich habe bereits den Librarien zu dem Librarien. Connectiert die Code in 2. 1. Ja, das ist die Central Jamrock Public Library hier. Wie kann ich dir helfen, Officer? Ah, ja. Sie sind worried. Yet, bereit zu helfen. Das ist wie die Leute kommen. Ich schaue irgendwelche Informationen, die du kannst auf Billy Mijon geben, Rita. Billy, Billy Mijon, du sagst. Gib mir einen Moment, ich werde unsere Database checken. Danke. Danke. Ja. Nein, kein Telefon, leider nicht. Sie sind zu poor, um zu haben. Hm. Ja, die Home Adresse ist gut. Hier geht's, Sir. Rue de Saint-Geslain, 33B, Apartment 20. Es ist in Martinet, glaube ich. Capeside Apartment, es sagt. Hm. Es ist ein Teil von mir in die Zirn. Das ist wo der Schmerger auf dem Balkon liegt, nicht wahr? Hm. Hmm. Do you have any other information on Piri Majan? Do you know someone who was? The sci-fi release? Lowe's Radio City 87. But we don't have it yet. Good. You have a name now. So, Piri Majan is a woman, not a man. How did your colleague know that it was her husband? Marie knows Piri. She's been working here longer than me. Sometimes her husband returns some books for her. And then goes for a little drink later, on the lookout. Hmm. Do you know the husband's name? Sorry, no. Marie only knows him by sight. Can Marie describe to me what the husband looked like? She said it was an older man, and that she's pretty sure he'd had a drink or two the last time she saw him. What was he wearing? Hello. One second. Sorry, Marie wasn't really paying any attention to that. Okay, thank you. That's all from me. I have no other questions. Happy we could help. Natürlich. Anything else you need from me? I'm done with the radio for now. 57th, over and out. Okay. In your cabin, you see a set of steering levers. A radio... Yeah, yeah. Danke. Und tschüss. Okay. Wollen wir dann noch die Frau von ihm suchen? Irgendwas anderes wollte ich auch noch schauen. Oder wollen wir gleich wieder zurückschauen? Hm. Wir kommen zuerst zu der Frau. Das wird wahrscheinlich wirklich die Frau gewesen sein, die wir hier getroffen haben. Die Arbeiterin, die wir strangerweise umarmt haben. Sicherheitshalber. Sind die, was sagst du? Geh mir da rein. Und ich bin da hinten rum. Und ich bin da hinten rum. Gib mir einen Moment. Hm. Ja. Okay. Wir suchen Billy Mejean. Do you know where she lives? Es geht um Victor, nicht wahr? Es geht immer um Victor mit ihr. Deine finalen Mejeans im Apartment 20 upstairs. Es ist eine dieser Tür auf dem Balkon. Fängt an auf. Jetzt wissen wir wenigstens auch, wer mit Vornamen heißt. Victor nämlich. Da geht's zum Balkon und da geht's raus. Wir wissen einfach, wie es geht. Wir sind so super. Wir sind so super. Hm. Sag ich's nicht. Da ist eine Tür, die vorher weiß war. Jetzt ist sie grün. A weathered brown door. The number reads 20. Ah, okay. Zeit ist auf. Um. To go ahead and knock. This is the door. You already know it's the right door. This is going to be so hard. Danke, England Empire. It's just police work. Hold on, Kim. We should discuss this before we move on. What should we... Hello? Who is this? Is this Spirimi-Jean's home? And this is the police. Please open the door. The police. A moment. Please give us a moment. There's very no voice. Come in. The door is open. Okay. Ein Raum, in dem wir noch nicht waren. Windows covered in old newspaper clippings. Can't afford curtains. Wichtig nicht. Wichtig nicht. The textbook of high school mathematics through geometry. Mostly. Nebeneinander. Nebeneinander. The clock is ticking away with an odd cheerfulness. It's ticking makes you anxious. Rings hollow in the room. Three pop stars at all on the walls. Okay. Before wir mit der Dame sprechen, werden wir Schluss machen für heute. Das nächste Mal machen wir hier weiter. Oh, da geht's auch noch weiter. Oh, da. Some太 Deliver looks great. song left over scat bull inhabitants still on top. Hier wohnen vier Personen. Die Kinder zusammen da hinten. Okay. Meine Herrschaften. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüüs. Untertitelung des ZDF, 2020